Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Heute zeige ich euch Nintendo Super Stuff. Es sind Kissen mit Sound innen drin und die stelle ich euch heute vor. Hier haben wir jetzt die drei verschiedenen Kissen an sich. Jetzt haben wir den Fragezeichenblock. Der hat einen Stoffbezug und natürlich ein Soundmodul eingebaut, wo er verschiedene Geräusche macht. Zeigen wir euch gleich. Die zwei verschiedene Sounds an sich kann jedes Kissen. Bezüge kann man natürlich dann auch waschen, wenn sie immer beträglich sind. Das ist auch ganz cool gemacht. Jetzt sind wir so einen Glättverschluss dran, wo man einfach abziehen muss. Und da liegt es dann einfach drin. Ziemlich cool eigentlich. Ich hoffe es hat euch gefallen dieses kleine Video. Ich bin euer Manuel Großmeister. Macht's gut. Ich bin euer... Ich bin euer... Bis zum nächsten Mal.